Habe gedrückt. Wunderbar. Bei mir läuft's auch. Wundervoll. Ich hoffe nur die Tone... Das war ein Scheißwitz. Der Katheter ist gelegt. Wundervoll. 3, 2, 1. Willkommen bei Antenne Höhlenschlund. Mit Sandra und Stefan. Oh Spike, devour me. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Höhlenschlund. Hallo Sandra. Bah, hallo. Sag dir das Zitat etwa nicht zu. Also ich habe ja schon gesagt, ich werde mich aufregen. Erstmal moin, wie geht's? Bevor ich loslege. Ja, ganz gut. Ich habe jetzt so eine Herbststimmung. Obwohl eigentlich das Wetter ganz cool war, habe ich so eine Sofa-Stimmung den ganzen Tag. Kenne ich, kenne ich. Geht mir auch so. Ist ja auch kälter geworden jetzt. Also man kann jetzt sagen, es ist jetzt Herbst. 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 Ja, sehr gut. Wollen wir einfach gleich in die Folge ein... Ich würde behaupten... ...reinpreschen. Ja. Okay, wunderbar. Wir reden heute über die 18. Folge der fünften Staffel von Buffy im Band der Dämonen. Die kam am 24.04.2001 unter dem Titel Intervention in den USA. Und am 13.03.2002 unter dem Titel Der Zorn der Göttin in Deutschland. Oha. Regie führte Michael Gershman und Drehbuch schrieb Jane S. Penzen. Kennt man, mag man, alles sympathische Leute. Hat man noch nichts Schlechtes, aber die gehört im Internet. Stimmt. Kurze Fragerunde, alles rhetorische Fragen. Habt ihr gewusst, dass Glory eine Göttin ist, die nach dem Schlüssel sucht, der witzigerweise die Form von Buffys Schwester Dorn angenommen hat? Wusstet ihr, dass sexy in Spä Ben Glory ist? Wusstet ihr, dass Glory weiß, dass der Schlüssel eine Person ist? Nein, doch. Wusstet ihr, dass Spike von Buffy besessen ist und Warren einen Buffy-Bot hat bauen lassen? Ja. Wusstet ihr, dass die Summers-Schwestern einen herben Verlust erlitten haben und in tiefer Trauer sind? Ja. Waren das adäquate Reaktionen? Definitiv. Auf jeden Fall sind wir sehr geflasht. So. Viel war los. Die Folge startet in der Summers-Küche. So. Und Giles macht es Freude, den Schwestern zu helfen. Sie waschen gemeinsam ab. Das Befinden der beiden ist den Umständen entsprechend. Giles hilft mit aufbauenden Worten und mit der Aussicht, dass Buffy eventuell ihr Training wieder aufnehmen könnte. Buffy hingegen will sich eher noch etwas rausnehmen. Sie fühlt sich nicht bereit, das alte Geschäft wieder aufzunehmen. Sie hat als Jägerin an Stärke und Agilität gewonnen. Jägerin fühlt sich jedoch zunehmend distanziert vom Rest der Welt. Mhm. Nachvollziehbar, ne? Mhm. Sie befürchtet, sie wäre gefühlskalt. Und das nicht schon seit dem Tod ihrer Mutter. Auch ein Grund, denkt sie, warum Riley sie verlassen hat. Mhm. Ja, ne? Also, so wie sie es da zusammenfasst und was sie da für Ängste hat, ist schon, also ihre Argumentation ist schon schlüssig aus ihrer Sicht. Also, natürlich liegt sie da falsch, weil, weil, also allein, dass sie das äußert, heißt ja, dass sie nicht emotionslos ist. Mhm. Aber, naja, schon absolut nachvollziehbar, dass sie, dass sie halt Angst bekommt, immer mehr abzudriften. Ja. Oh. Oh. Buffy's engere Verbundenheit, äh, ne, mit der Verbundenheit, äh, engere Verbundenheit mit dem Jägerendasein und ihrer intensiven Ausbildung wird nochmal genannt, ne, der Tod ihrer Mutter wird nochmal genannt, die Trennung von Riley wird nochmal genannt und ihre emotionale Weiterentwicklung in ihren verschiedenen Rollen. Finde ich ganz gut, wie das schnell mal hier vom Drehbuch abgehandelt wird, was so alles noch gerade wichtig ist jetzt, die Folge. Stimmt. Es ist nicht so Telenovela-mäßig, wie, was, du hast mit dem Onkel deiner Schwester geschlafen. Genau. Ne, also, so wie du es jetzt zusammengefasst hast, so hätt's ein schlechtes Drehbuch gemacht. Genau. Aber, sorry, aber sowas nicht gemeint, ah, fuck, aber, ähm, in, in dem Dialog wird's gut eingespeist, dass man, wie du sagst, ein gutes, ein gutes Intro bekommt über das, was wichtig wird, aber es ist halt nicht so Stichpunkt für Stichpunkt. Also, es wäre mir gar nicht so aufgefallen, hättest du es jetzt nicht nochmal so zusammengefasst. Ja. Ja, ja. Wieder mal, was auch so wichtig in dieser ganzen Serie ist, wird die Rolle der Jägerin hinterfragt. Und Giles kommt da etwas in den Sinn. Sie könnten einem Ritual nachgehen, das sich die Suche nennt. Sie müssten aber ein bis zwei Tage in die Wüste verschwinden. Dem Pfad der vorangegangenen Jägerin folgen Pipapo, also ein schöner Acid-Trip in der Wüste. Ja. Ohne Drogen. Dorn müsste ohne Schutz der Jägerin auskommen, aber das geht schon klar, sie verstecken sie einfach bei den anderen Scoobys, also bei Xander. Was soll schon schief gehen? Aufgrund von Buffys Angst, das Gefühl zu lieben, verloren zu haben, muss sie das ein paar Mal sagen. Ich liebe dich, ich liebe dich, fühlt sich komisch an, ich liebe dich. Erst gegenüber Giles, was auch ihm sehr befremdlich vorkommt und dann vor Dorn, die es weiß und die Lächerlichkeit in der Wiederholung sieht. Ja, ja, also wie sie so reagieren, ich wäre auch verwirrt, du wirst auch nicht so recht, was ich machen soll. Aber ich finde Dorn in den Szenen jetzt sehr angenehm. Apropos echte Liebe, wir haben einen harten Schnitt zu Warren und Spike. Warren präsentiert unserem Lüstling den frisch angefertigten Buffy-Sex-Bot. Ich will das nicht, Stefan. Mit den Worten fast besser als das Original. Warren ist witzigerweise wieder mal am Packen, aus irgendeinem Grund ist er ja immer auf der Flucht, man weiß nicht warum. Ist vielleicht besser für ihn. Spike ist angetan vom Echtheitsgrad des Aussehens, zweifelt aber ein bisschen am Gefühl der Lebendigkeit. Und da geht das gute Stück auch schon an und fällt über ihn her. Und das überzeugt die notgeile Mausi. Mit einem gepflegten Headbang lockern wir uns von den kommenden 37 Minuten voller Humor. Ja, und voller Cringe. Und landen nach dem Intro bei Glory. Diese ist mal wieder am Jammern. Es geht um Ben. Ihre Macht schwindet, beziehungsweise wird er stärker. Wir Zuschauenden werden nochmal daran erinnert, dass Glory wohl nur begrenzt Zeit für ihren Plan hat. Was danach passiert, ist unklar. Nur, dass dann Glory weiterhin eine Göttin im Exil ist und im Körper von Ben gefangen sei. Zusammen mit den Minions muss ein neuer Plan ausgeheckt werden, der dann auch zugleich der Einfallsreichen und Schönen in den Sinn kommt. Der Schlüssel und die Jägerin müssen verbunden sein. Und der Schlüssel ist eine Person, das wissen wir jetzt. Deswegen soll abgecheckt werden, wer von den Scoobies neu dabei ist, ob jemand Besonderheiten aufweist. Ah, ach so, es ist jetzt eine Person. Es beginnt also das große Beschatten. Lieblingsmoment in der Szene ist, einer der Minions will sie lobpreisen, bekommt aber nur ein so Oh-Ihr heraus. Und der strafende Blick von Jinx ist Comedy-Gold. Stimmt, da habe ich nicht so drauf geachtet, aber das ist sehr witzig. Also Jinx wären ja mal tausend bessere Sachen eingefallen, außer Oh-Ihr. Ja, Jinx verblutet und kriegt es noch hin. Eben. Das ist der Maßstab, ja. Ja, die Szene endet mit einem If you love me, get it for me und die Jungs strahlen über alle Backen. Oh Mann, ey. Es geht dann in die Wüste. Gesagt, getan. Jägerinnen und Wächter machen ihren eigenen Burning Man, nur ohne Feier, aber mit einer Rassel. Der war schön. Mit der Giles immer wieder aus und in einen Kreis springen muss, um Buffy auf magische Art und Weise den Weg zu zeigen. Und die ganze Szene ist so schön. Na, wie er da so einmal so nach rechts und einmal nach links. Ja. Jump to your left and then step to the right. Genau, genau. Und dann dieses, wie er das dann wackelt und er, also er bewegt ja nur seinen Arm und nichts weiter und guckt so, oh ist mir das unangenehm. Und Buffy daneben so, alter ist das cringe. Das ist so eine, auch wie die zwei so ihre Gesichtsausdrücke da rüberbringen. Oh, schön. Ist alles super. So unangenehm. Auch wie sie meint, sie hätten ruhig was zu trinken finden können, bevor Giles in einer Woche ihre blanken Knochen findet. Und Giles ganz trocken, Knochen brauchen länger. So. Ich meine, man muss ja auch akkurat bleiben, ja. Man kann ja nicht irgendwelche Vermutungen in den Raum stellen. So geht das hier nicht. Nein. Und Dinge, die nur Leute aus heißen Regionen können, in die Wüste mit langen Mantel und Pullover drunter fahren, sind bestimmt locker eisige 15 Grad Celsius zu der Zeit in Kalifornien. Aber später wird es ja kälter, das sehen wir ja dann. Ja. Gehen wir zurück an einen etwas wärmeren Ort, in Spikes Kruft. Denn der vergnügt sich mit seinem neuen Sexspielzeug. Es gibt ein Rollenspiel, in dem er gegen den Buffybot kämpft und dann wird gerödelt. Und auch ein schönes, also es gibt ja nur geile Sätze von Buffybot. Ich glaube, Sarah Michelle Gellar hatte mega Spaß einfach. Ja, glaube ich auch. Und mein Lieblingszitat aus dieser Szene ist, I can't resist the sinister attraction of your cold and muscular body. Ey, es wird noch mehrere Stellen geben in dieser Folge, wo ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll, weil es einfach nur, es ist zeitgleich lustig. Lustig, also amüsant, aber auch so, ich weiß nichts hinzuzufügen. Also es ist halt auch echt unangenehm. Wir wären wieder bei diesem Wort. Also wahrscheinlich wird es Stellen geben, da erzählst du ein bisschen nach. Und ich bin dann nur so, hm. Und nicht wundern, ja. Tue ich nicht. Gut. Wir sind dann erstmal wieder in der Wüste, es wird immer wild hin und her geschnitten in dieser ganzen Folge. Giles hat mit Hüpfen aufgehört. Er spricht jetzt in Swahili, im Schneidersitz sitzend. Ich habe die Übersetzung gefunden. Er sagt sowas wie, was ich zu bewachen und zu führen verpflichte, übergebe ich dir, führe sie an einen Ort der Sicherheit und des Lernens, gib ihr, was sie braucht, zeig ihr den Weg. Das steht auch bei IMDb oder wo hast du das her? Das steht bei IMDb. Ja, okay, ist ja einfach. Toll. Ich dachte, du hättest jetzt mal hier so phonetisch aufgeschrieben, was er sagt. Und dann hättest du mal dreimal übersetzt und geguckt. Also schade. Währenddessen macht sich Buffy auf die Suche. Sie findet einen Leoparden, dem sie folgt. Sehr majestätisches Tier. Vielleicht schafft die Kitty es, ihr die Knochen in einer Woche abzunagen. Buffys Spaziergang endet dann an einem Stein am Rande der Wüste. Den Drehort kennen wir schon. Woher? Na, hier Staffelfinale und so und hier Buffy ist auch in der Wüste und trifft zum ersten Mal auf die erste Jägerin und dann sagt die Sachen und da ist Tara dabei und dann war ich ganz an der Sache dran mit Tara und dann hat sich rausgestellt, das war ja gar nicht so. Da hat sie Visionen von ihr gehabt in ihrem Traum und ist das genau derselbe Ort? Ja, oder? Das ist genau derselbe Ort, genau. Aus dem Finale der vierten Staffel. Die große Trauminterpretationsfolge von Sandra. Ja, die ich regelmäßig nochmal hören werde und die Folge werde ich gucken und dann werde ich ein Fazit ziehen, ja. Wir gehen erstmal zurück in Zanders Wohnung. Tara hat wohl die Bude mit einem Warnungszauber belegt. Tara stellt, ihr könnt mal wieder unter den Scheffel. Willow hätte den Zauber viel besser hinbekommen. Naja, typisch Tara. Aber Sender checkt's nicht und springt drauf an und fragt, ob Willow später noch vorbeikommen kann, um den Zauber abzugraden. Ganz gut gemacht, Sender. Ja. Sender will patrouillieren gehen, Anja will nicht. Tara und Willow wollen lieber History Channel schauen. Die eine Nacht wird schon nix passieren und während die drei sich so unterhalten, bemerkt aber keiner, wie sich Dawn Anjas Ohrringe vom Tisch klaut. Nicht mal Sender, der eigentlich fast in ihre Richtung schaut, aber naja. Die stiehlt. Warum, warum klaut Dawn jetzt? Ist es Trauerkompensation oder? Äh, bestimmt. Naja. Missetat begangen. Und Dawn fragt, wenn das hier eine Party ist, wo ist die Pizza? Und wo sie aus dem Bild geht, bleibt die Kamera beim Fenster und wir sehen da einen Minion von Glory herumlungern. Schneiden wieder in die Sexgruft. Wir bekommen mehr Spuffy-Bot-Romantik. Durch ihre Programmierung ist sie Spike verfallen und hört nicht auf, ihn in den höchsten Tönen zu loben. Spike, ich kann dir einfach nicht widerstehen. Und ich lieb's ja, wie Sarah Michelle Gellert diese seelenlosen Augen hinbekommt. Ja. Und sie lächelt, aber das sind natürlich keine echten Gefühle und das sieht man so gut in ihren Augen. Das liebe ich. Ja, generell, also sie strahlt ja die ganze Zeit. Zumindest ist der Mund zu einem Lächeln verzogen. Ja. Aber ich glaube, wenn du die untere Hälfte und die obere Hälfte vom Gesicht, sagen wir mal irgendwo bei der Nase, wenn du da schneidest und nur die Augen zeigst, wie du sagst, siehst du kein Lächeln in den Augen. Ja. Also da würdest du nicht sagen, wenn du jetzt fragen würdest, lächelt diese Person oder guckt die böse oder was macht die, dann könnte niemand sagen, dass da unten dann so ein strahlender Mund drunter ist. Das finde ich übel beeindruckend, wie die das durchzieht in der Folge, dass du halt richtig krass den Unterschied siehst so, dass sie einfach nur so den Mund breit macht. Ja. Ich mache das gerade selber, während ich rede. What the fuck? Aus dieser Szene stammt übrigens auch das Zitat vom Anfang aus bei Devour Me. Das ist wieder so eine Stelle. Wir schneiden ganz kurz aufs Unigelände. Wir sehen Willow, die kommt aus einer Vorlesung. Sie verleiht ein Buch, gibt genaue Anweisungen, was mit dem Buch alles nicht passieren darf. Keine Ecken, keine Markierung, keine Flecken. Und so schnell wir mich zurückgeben. Ja. Das ist auch mein Credo, wenn ich Bücher verleihe. Ich verleihe keine Bücher. Also es funktioniert nie. Mir fällt gerade eine Kollegin von mir hat noch ein Buch seit drei Monaten oder so. Siehste, macht es nicht. Ja. Macht es einfach nicht. Nicht gut. Auch sie, also auch Willow, wird von den Minions beobachtet. Ja. Es geht zurück zur Liebesgrotte. Spike pennt nach getaner Arbeit, nachdem er den Acker bearbeitet hat, nachdem er das Feld gepflügt hat, nachdem er den Mais angebaut hat. Ja. Buffybot hingegen zieht sich an und macht sich bereit, das zu tun, was die Jägerin nachts tut. Und das Böse bekämpfen. Ich habe mir jetzt so das Lachen verkniffen, dass du all deine Sprüche da rausballern kannst, weil ich wusste nicht, wie viele kommen. Wie viele kommen. Ja. Sie geht jagen. Spike hoffentlich. So. Sie geht jagen, genau. Und wir schneiden erstmal zurück in die Wüste. Ganz kurzes Ding. Der alte Brite ist fertig mit seiner Arbeit. Es ist wohl ordentlich kalt geworden. Das ist zu erkennen am Atem von Giles und an seiner warmen Teetasse. Buffy hingegen sitzt noch immer auf dem Stein und wartet und schneiden wieder weg. Buffybot hingegen wird von Xander und Anja auf dem Friedhof angetroffen. Ey, du hast recht, da ist nicht wirklich was passiert jetzt, ne? Also wir wissen, es ist jetzt kalt. Ja, okay. Genau. Und sie wartet. Musste man jetzt extra, ja, ja, gut, zurück zu, ja. Als langjährige Befreundete von Buffy erkennen sie natürlich nicht, dass etwas nicht mit ihr stimmt. Bei April von vor ein paar Folgen erkennen sie es sofort, nur bei ihr nicht. Naja, gut, da haben wir ja, während wir es geguckt haben, haben wir ja auch so ein bisschen theorisiert, von wegen vielleicht machen sie bei Buffy mehr eine Ausnahme, weil ja diese Sache hier, also vor ein paar Folgen, also du weißt schon, passiert ist. Genau, der Verlust, der Tod der Mutter und sie reden sich die ganze Zeit damit raus, ja, okay, dann ist er halt ein bisschen in der Trauer. Neben der Spur halt. Genau. Ja, aber naja, also in so einem Ausmaß, ich weiß ja nicht. Wir sehen Buffybots Informationen, die Spike über ihre Freundinnen abgegeben hat. Wir sehen über Xander, Freund, Tüschler, geht mit Anja. Ja. Auch sehr detailliert, ne? Dafür, dass er die Leute super gut manipulieren kann, weil er weiß Spike herzlich wenig über seinen ehemaligen Mitbewohner. Stell dir doch mal vor, jetzt kommt wieder verkopfte Sandra, stell dir doch mal vor, Warren fragt dann so, naja, wer sind denn so ihre engsten Freunde oder wer ist denn in ihrem näheren Umfeld? Und dann muss er halt beschreiben, wer das so ist und dann erst mal die Namen und dann halt so, ja, gib mal so drei, vier Faktoren über die oder so Eckpfeiler ihrer Persönlichkeiten und dann kommt halt dieser Bums dabei raus. Dafür funktioniert Buffybot sehr gut, für diese doch recht allgemein gehaltenen, oberflächlichen Informationen, ja? Ja. Ja, dafür hat er ein gutes Programm geschrieben, ja? Doch, das ist gut, ist gut, kommt mit wenig Info aus. Bei Anja steht, geht mit Sender, mag Geld, Ex-Dämonen. Und weil Buffybot eine höfliche Person ist, fragt sie, ob es Anjas Geld gut geht. Und Anja strahlt über beide Wangen. Ja, das finde ich echt witzig, so eine schöne Frage, wie geht's dem Geld? Ja. Und was wir auch sehen, ist, wie bei April, verschiedene Ordner, ne, auf einer Art Desktop, wie man sich Google Classes mal vorgestellt hat und wir sehen unter anderem Hard Drive, Slaying, Make Spike Happy und einige Unterpunkte mit Kissing und Positions. Und mein Favorit und später irgendwie wichtig, Locate Spike. Spike. Ja. Ja. Die Unterhaltung beginnt sehr seltsam zu werden, doch bevor Sender nachfragen kann, kommt Spike angerannt. Und ab da übernimmt er das Reden, während Buffybot sich unentwegt versucht, Körperkontakt irgendwie zu ihm aufzubauen. Mega witzig. Hängen aber alle an seinen Lippen. Er behauptet, es gäbe heute Nacht tonnenweise Vampiraktivität, doch auch bevor Sender hier das hinterfragen kann, raschelt es im Gebüsch und eine Horde gut gekleideter Anlagenberater-Vampire greift an. Das ist schön beschrieben, ja. Direkt von der Wall Street zum Höllenschlund, die werden kurz bekämpft und besiegt. Anja und Sender sind ein gutes Paar, also nur im Kampf. Anja fehlt, glaube ich, ihren allerersten Vampir, würde ich behaupten. Mhm, glaube. Und danach werden Sender und Anja schnell abgewimmelt. Und Buffybot können es direkt auf dem Friedhof, auf dem Aschehaufen von den ganzen Verstorbenen tun. Hot. Das war mein Kommentar. Danke. Senja werfen noch einen verwirrten Blick zurück und sehen, wie Buffy Mausi reitet. Und sie werfen nur einen Blick zurück, weil, also sie werfen nur den Blick zurück, weil Buffy ihn nicht nach Dorn gefragt hat. Mhm. Nach diesem, ja? Stell dir doch mal vor, du bist Sender und hast Buffy echt lieb, so lieb gewonnen über die Jahre hinweg. Mhm. Sie ist eine gute Freundin von dir. Mhm. Und du weißt auch, Spike ist schon ein ziemlicher Idiot. Und dann drehst du dich rum und siehst das. Und denkst dir nur so, what the fuck, das ist nicht die Fantasie, die ich mir in meinem Kopf ausgeweilt habe. Das glaube ich mir, dass das nicht seine Fantasie ist. Armer Sender. Naja, nach diesem verstörenden Bild geht es erstmal zum History Channel Abend, den unsere beiden Hexen bei Sender abhalten, um auf Dorn aufzupassen. Willow verflucht die Salem-Richter für ihre antisatanistische Attitüde. Mhm. Und dann kommen Sender und Anja rein, sie sind sich einig, Buffy ist verrückt geworden. Bevor die Erklärung kommt, möchte Tara nochmal betonen, die Menschen tun komische Dinge, wenn sie in Trauer sind. Und Anja so, na die füchelt Spike. Und Tara, na jepp, die ist definitiv verrückt. Ja, stimmt. Ja, ich meine, man muss das kurz debattieren und dann, ja, kommt man halt zu dem Schluss. Die ist halt irre, die Alte. Das war's für dir. Sender schlägt vor, sie zu finden und ihr zu helfen, bevor sie sich selbst wehtut. Einerseits ist er natürlich ein besorgter Freund, aber andererseits ist es auch Sender. Klar, Spike ist ein Arsch, aber darf Wafi nicht entscheiden, mit wem sie schläft? Könnte man jetzt in den Raum stellen. Habe ich auch drüber nachgedacht. Also finde ich irgendwie äußerst schwierig in dieser bestimmten Konstellation tatsächlich, weil alle wissen ja, Spike ist jetzt nicht der, wie fasse ich denn den jetzt in dem Moment zusammen? Also Vertrauen kann man dem jetzt nicht so wirklich. Nee, ist keine vertrauenswürdige Person. Und da finde ich Sender schon okay, dass er sagt, wir müssen ihr helfen oder also, ne, dass er halt besorgt ist. Ja. Und solange er sie jetzt nicht runterzerrt von ihm, sondern das Gespräch mit ihr sucht, ist es schon okay, Sorge zu äußern, finde ich. Aber ja, ich kenne jetzt auch keine Vampire, also von daher kein Plan. Kennt man nicht so viele, das stimmt. Wir schneiden wieder mal in die Wüste. Ganz kurz, ne, das sind nur drei Stichpunkte. Buffy ist eingenickt, währenddessen hat jemand ein Feuerchen gemacht, aber wir fahren noch nicht wehr, denn es wird schon wieder weggeschnitten in die Gruft. Und da merkst du mal, wie wenig Handlung das Stückchen hat, also der Handlungsstrang, dass du ihn so strecken musst. Jemand scheint sich da Gruft zu nähern, deswegen versteckt Spike Buffy-Bot unterirdisch. Sender kommt rein, konfrontiert ihn gleich mit dem, was er gesehen hat. Ich konzentriere mich. Spike bestreitet nichts. Ja. Betont, dass es Sender nichts angeht, Sender wird handgreiflich, droht ihm zu töten. Wie oft das schon passiert ist, Alter. Aber nicht mal mehr Spike nimmt das ernst, denn er weiß wohl von seinem Plot-Armor. So. Ja, irgendwann muss der sich auch gedacht haben, hier, also irgendwas, irgendwer hält die Hand über mich. Doppelt unsterblich. Ich provoziere jetzt noch ein bisschen, passt schon. Unterbrechungen sind mal wieder das Mittel der Wahl in dieser Folge. Die Gruft wird heute noch etwas voller, denn die Minions haben sich entschieden, wer der Jägerin wohl am nächsten steht und am neuesten in der Gruppe ist. Spike. Weißt du, so ein bisschen Karma ist da ja auch dabei, ne, an der Stelle. Der wird dann, der wird dann prompt überwältigt und mitgenommen. Endlich kommen wir jetzt in die Wüste zurück. Ja. Nein, nicht die Set-Designerin haben das vorher gemacht, sondern die erste Jägerin, beziehungsweise hat dieses Wesen, was sie beschwören wollten, diese Form gewählt. Buffy fragt, was es mit der Jägerin und Liebe auf sich hat oder ob sie ihre Menschlichkeit einbüßen könnte durch das Jägerin-Dasein. Und dann beginnt das Radespiel der ersten Jägerin. Du bist voller Liebe. Liebe ist Schmerz. Aus Schmerz beziehst du deine Kraft. Und mein persönlicher Liebling, der demnächst an meiner Wand tätowiert wird, Love, Give, Forgive. Wow. Ja, inspirierend. Sie redet weiter, riskiere den Schmerz. Es ist deine Natur. Liebe wird dich zu deinem Geschenk bringen. Und Buffy antwortet aus vollstem Herzen, was? Und wir schneiden wieder weg aus der Wüste. Das ist so, das passt so gut. Sie so, Alter, kannst du dich jetzt mal ordentlich ausdrücken? Ich verstehe hier kein Wort, Junge. Ja. Naja. Ich meine, also wenn die Jägerin, wenn die erste Jägerin, die das so ausdrücken möchte, dann ist das auch okay. Aber rafft halt keiner. Hat die Sprache erst neu gelernt. Ja, ja. Aber dann direkt in Metaphern reden. Okay, cool. Ist das die gleiche Schauspielerin? Ja, klar. Okay. Naja, kein Plan. Die war ja so verhüllt, so ein bisschen. Gut geschminkt. Hätte ich es jetzt nicht so genau sagen können. Okay. Es geht wieder in die Gruft. Und Buffybot dauert das zu lange und sie kommt nach oben, um nach Spike zu suchen. Sie verweigert sich da mit einem direkten Befehl, denn er sagte, sie soll nicht hochkommen, bevor er es nicht ausdrücklich sagt. Siehst du, die Roboter entwickeln ihr eigenes Bewusstsein und so? Skynet, die Revolution beginnt. Sie findet Spike nicht vor, bemerkt den ohnmächtigen Sender aber auch nicht. Sie sucht Willow bei Sender auf, um Hilfe zu holen, um nach Spike zu suchen. Und wir haben wieder diesen Google Glasses Shot. Willow, beste Freundin, lesbisch, 1999 bis heute. Gay. Hexe und kann gut mit Computern. Ich meine, also ist schon nicht falsch, ne? Ja. Also keine falschen Infos. Ist schon okay, aber dass man die Jahreszahl jetzt so konkret da hinschreibt, ja gut, auch gut, dass er das so genau weiß, dass er das, naja. Willow hakt nach bei der Sache zwischen Buffy und Spike und Buffybot antwortet, doch klar, wir bumsen. Wie viele Synonyme hast du in diese Folge eingebaut? Wobei ich persönlich das Wort bumsen ja äußerst witzig finde, ne? Ja, ich weiß. Bumsen. Entschuldigung. Willow versucht eher, die Verständnisvolle zu sein. Du vermisst deine Mutter. Spike war wohl der Einzige, der dich nicht als schwache Trauernde behandelt hat. Deswegen habt ihr es einmal getan, richtig. Nein, nein, mehrfach und in verschiedenen Positionen. Ich kann es dir auch aufmalen. Mhm. Ich mag alles. Alles, was Buffybot von sich gibt, finde ich hilarious. Willow so völlig scandalized. Oh mein Gott, Buffy. Willow erwähnt Angel und dazu hat Spike auch noch Infos dagelassen. Angel ist langweilig, sein Haar ist nach oben gegelt und er ist richtig dumm. Bloody stupid. Sein Haar ist nach oben gegelt. Das ist so der übel Random Fact. Der hat bestimmt so, der hat ja auch History mit dem, der ist ja mit dem um die Häuser gezogen. Also ich meine, hätte er sich nicht da wenigstens ein bisschen mehr so rausziehen können aus seinem Gedächtnis. Aber nein, seine Haare sind nach oben gegelt. Wow, Spike, das ist der Fakt, der dir einfällt. Und bloody stupid. Die Unterhaltung wird unterbrochen. Das ist offensichtlich das Trainingsspiel dieser Woche. Ja. Xander kommt reingestürmt, weckt alle, berichtet, dass die Minions Spike mitgenommen haben. Die Scoobies befürchten, Spike könnte die Infos über Dorn raushauen. Buffy sorgt sich natürlich um ihren Blondiebär. Das wird erstmal nicht groß hinterfragt, Spike muss gefunden werden. So, wie finden wir also Spike? Tja, weiß keiner. Auch nicht der Roboter mit der Programmierung, Spike lokalisieren. Nee. Nee. Terra soll bleiben, um auf Dorn aufzupassen. Nochmal kurz in die Wüste. Buffy fasst nochmal die verwirrenden Aussagen zusammen. Und es hört nicht auf. Tod ist dein Geschenk. Und wenn man es so betrachtet, muss die Jägerin ja töten, damit die Welt weiter existieren kann. Aber das hört Buffy ja nicht gern. Aber Wayne interessiert's. Die letzten Worte von der letzten Jägerin sind, äh, von der ersten Jägerin sind, deine Frage wurde beantwortet. Nassishi, klar und deutlich. Peace out, genau. Oh, da ist sie wieder weg. Naja, ich meine, wir sind ja bei Folge 518. Wenn wir jetzt die konkrete Antwort bekommen hätten, wäre das auch irgendwie doof gewesen. Das stimmt. Also von daher ist schon okay. Es ist einfach so gar nichts bei rumgekommen, so gefühlt, ne? Nein, ich bin da auch. Voll die Scheiße. Ich bin da auch. Death is my gift. Voll die Scheiße, Alter. Gehst du da in die Wüste. Scheiß kalt nachts. Sitz da rum. Übel, unbequem. Jais irgendwo draußen. Trinkt seinen Tee. Hat was zu futtern dabei. Weil der ist okay, der hat ja auch das Auto und so und sie hockt da und hockt da und dann kommt der Satz bei rum und dann bist du so, ja okay, das war's jetzt echt. Dafür hab ich mich hier hingesetzt. Geil, danke, danke, danke. Wir sind dann in Glorys Villa. Der Raum ist zwar hell erleuchtet, aber nicht von der Sonne durchflutet, denn es ist ja Nacht. So. Die Millions schleppen den vermeintlichen Schlüssel hinein. Chloe riecht sofort, dass es ein stinkiger Vampir ist und er kann nicht der Schlüssel sein, denn er ist unrein. Und sie kann nicht mal seinen Verstand aussaugen. Aber man kann ihn ja wenigstens foltern und befragen, denn die Jägerin hat ihn sehr eng bei sich gehabt. Sehr eng, wenn ihr versteht, was ich meine. Spike wird vorlaut und gleich mal durch den Raum geboxt, dann aufs Bett geschleudert und das fröhliche Foltern kann beginnen. Yay. Cool. Wir müssen nochmal gucken, was die Scoobies machen. Die holen nämlich Waffen aus dem Summershaus oder wollen sie holen. Leider keine Schusswaffen, wie Anja nachfragt. Ich find's eine witzige Vorstellung, wie die Scoobies mit Knarren durch die Gegend ziehen. Ja, voll. Der Buffybot weiß natürlich nur über Glory, dass er eine Göttin ist und den Schlüssel will. Da stellt sich mir die Frage, hat Spike die Info, wer der Schlüssel ist, weitergegeben? Denn das erwähnt Buffybot nie. Stimmt. Scheint also so, dass er so viel Anstand besaß, diese Info nicht an Warren weiterzugeben. Oh. So. Es muss eine Situation geschaffen werden, dass Buffybot kurz verschwindet. Sie geht nach oben, sich umzuziehen, beziehungsweise mehr Waffen zu holen und es wird entschieden, dass es Zeit für eine Intervention ist. Ja. Ob Alison Hennigan das Thema Intervention einfach in die nächste Serie weitergetragen hat. Dann kommt Buffy zurück aus der Wüste. Natürlich im richtigen Moment, ne? Mit anderen Kleidern. Das ist ja mega clever geschrieben. Fragt nach Dawn. Verhält sich jetzt wieder normal, aber die anderen nicht. Sander spricht über den Sex mit Spike und dass er sie versteht, aufgrund seines guten Aussehens, seiner Anziehungskraft. Buffy fragt aber nicht, ob er nicht eher was mit Spike anfangen will. Das klingt aber witzig. Stimmt. Das ist eine gute Stelle. Und dann wird die Comedy aufgelöst. Endlich. Denn Buffybot kommt dazu, ohne weitere Waffen, ohne sich umgezogen zu haben. Dieser Robber, der tut einfach nicht, was sie soll. Funktioniert nicht richtig. Und damit können wir auch abhaken, die nächste Scooby hat ihre Doppelgängerin, ne? Aber ich find's witzig, dass es so auf unterschiedliche Arten passiert. Aber Sander schlussfolgert, dass es wie bei ihm war. Ihr seid einfach beide Buffy und sie einfach total trocken. Nein, sie ist ein Roboter. Sie verhält sich wie April. Ja, so aus der Pistole geschossen. So von wegen, oh, bist du dumm, die ist ein Roboter, Alter. Habt ihr alle das nicht kapiert, oder was? Aber ich find's auch niedlich, dass Sander gleich denkt, oh, das sind zwei. Aber eigentlich ist es eine. Ist wie bei mir. Also irgendwie auch ein schöner Callback. Das ist wieder so eine Stelle, das find ich schön, dass sich auch an vorhergehende Folgen erinnert wird. Und an Handlungsstränge, die eigentlich nur ganz klein waren. Ganz klein. Ganz klein. Das ist nicht toll. Nach der kurzen Bestürzung über die Unfähigkeit ihrer Freundinnen, folgt die nächste traurige Erkenntnis. Spike muss sie gebaut haben, um blutige Liebe mit ihr zu verführen. Allen drehen sich die Innereien um. Buffy erinnert aber an das, also Buffy Bot erinnert aber an das Wichtigste. Glory hat Spike. Also Waffen schnappen und los, denn Buffy wird ihn töten. Wird ein bisschen zu oft gesagt. Und interessant ist auch, dass Buffy Bot hier nicht versucht einzuschreiten. Es geht ja um ihre große Liebe. Mhm. Buffy erinnert sich, wo sie damals das Schlangenmonster Prinzessin Lea mäßig erwirkt hat. Das Schlangenmonster wird von Glory gefoltert. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist auch spät heute. So. Und sie wollen dort anfangen, wo das Schlangenmonster von Buffy getötet wurde. Jetzt höre ich das die ganze Zeit scheiße, ja. Entschuldigung. Da wollen sie anfangen. So. Wir schneiden nochmal in Glory's Villa. Spike sieht meiner Meinung nach nicht lädiert genug aus. Und durch das HD-Remake erkennt man natürlich viel einfacher auch die Maske und das falsche Blut. Er wird nochmal schnell angeritzt und meint dann, er würde ihr erzählen, wer der verdammte Schlüssel ist. Schnitt in den Park. Die Scoobies sind am besagten Ort angekommen. Giles ist nun auch dazu gestoßen. Er ist fasziniert vom Buffy Bot. Diese bedankt sich höflich, wie sie ist. Äußert aber, dass Giles lieber der anderen Buffy zuhören sollte. Das ist das Beste überhaupt. Das ist das Beste überhaupt. Als ob Spike so selten seinen Namen ... Das hat er bestimmt absichtlich gemacht, einfach um so einen kleinen Insider zu haben, weißt du? Ja. Oh. Herzlich. Giles. Und witzigerweise habe ich gelesen, dass die Macher in der Serie genervt waren von sogenannten Fans, die nicht mal Giles richtig aussprechen konnten und tatsächlich Giles sagten. Und deswegen haben sie das hier mit eingebunden. Also Gif und Jif. Ja, Gif und Jif. Aber das Witzige, es wird ja ständig gesagt. Also ich weiß nicht, wie man auf Giles kommen kann. Aufgaben werden verteilt. Stimmt. Ja, ist ja saudumm. Ja. Aufgaben werden verteilt. Die Gruppe teilt sich auf. Zurück in die Villa. Spike spielt auf Zeit, verlangt etwas zu trinken, versucht aus den Ketten zu kommen, an denen er aufgehängt wurde und behauptet, Bob Barker von der Preis ist heiß wäre das schnell. Weißt du, das ist so eine dumme Aussage und sie so, ah ja, ja. Spike bleibt standhaft, bekommt zehn Punkte auf Ehre dafür. Ehre. Er macht sich lustig, um sie zu provozieren. Er drückt alle Knöpfe bei ihr, denn das kann er. Ja, und da befördert sie ihn aus dem Raum, aber auch aus den Ketten. Und er flieht in den Fahrstuhl auf den Flur, beziehungsweise auf den Fahrstuhl. Als er unten ankommt, kommen glücklicherweise die Scoopies herein. Oh, Zufall. Und man merkt, dass Xander so langsam echt kämpfen kann. Das finde ich ganz cool in dieser Szene. Also der kann sich richtig gut zur Wehr setzen. Ich meine, die Minions sind jetzt auch nicht die großen Kämpfer, aber sie sind auch viele. Buffybot rennt zu Spike, der fast bewusstlos im Fahrstuhl liegt. Giles braucht Hilfe. Und Buffybot kommt ihm zu Hilfe und wird dabei beschädigt. So, wir sehen noch kurz oben in der Villa nach dem Kampf. Die Minions heulen sich aus, sie hatten keine Chance. Buffy schien überall zu sein. Das fand ich nicht so gut. Ja. Und Spike ist weg. Und wir sehen nicht mehr, wie sie von Glory bestraft werden. Wir hören nur noch ihre Schmerzensschreie. Wie traurig. Ja, die haben. Ja. Wir sind dann endlich mal wieder in der Magicbox. War man in dieser Folge nämlich noch gar nicht. Und Willow, die gut mit Computern kann, kann natürlich auch diese hochkomplexe Maschine fixen. Natürlich. Aber tut es nicht, weil unmoralisch. Etc. Ja. Buffy bemerkt noch, dass sie findet, Buffybot sehe gar nicht aus wie sie. Und das finde ich immer ganz interessant, weil man ja eigentlich sagt, dass man seinen eigenen Doppelgänger oder seine eigene Doppelgängerin nicht erkennen würde. Weil man selbst ja auch seine gespiegelte Variante gewohnt ist. Deswegen haben auch manche Leute Schwierigkeiten mit Fotos von sich selbst. Das finde ich ganz interessant. Den Satz fand ich auch total spannend, ne? Ja. Und auch die Reaktion drumherum so, hä, wie jetzt? Aber ja, ist ja, knüpft wahrscheinlich auch daran an, ne? Dass man das nicht erkennen würde. Weil die wenigsten Leute haben ein komplett symmetrisches Gesicht. Genau. Xander und Giles kommen rein. Sie haben Spike in der Gruft abgelegt und nicht zerstäubt. Sie konnten auch nicht herausfinden, was er Glory gesagt hat, denn er war nicht ausreichend bei Bewusstsein. Und Anja meint, er würde sie eh anlügen, egal, was er Glory gesagt habe. Buffy will es aber wissen, denn falls Glory es weiß, zählt ja jede Minute. Sie müssten aus der Stadt verschwinden. So, letzte Szene nochmal in der Gruft der Liebe. Es folgt die Szene, in der Buffy so tut, als wäre sie der Buffy-Bot, um herauszufinden, was Spike Glory gesagt hat. Und jetzt sieht Spike wirklich lidiert aus, wie ich finde. Wir erfahren, dass Spike ihr nichts verraten hat. Und er befiehlt Buffy-Bot, ihr auch niemals etwas zu verraten. Den Schmerz könne er Buffy niemals antun. Lieber würde er sterben. Spike holt nochmal fünf Punkte für Gryffindor. Denn er verdient sich einen Dankeskuss. Und das ist der erste echte Kuss zwischen den beiden. Also ohne irgendeinen Zauber oder dass es halt ein Duplikat ist. Und dabei bemerkt er, dass es wirklich Buffy ist. Sie geht und stellt aber nochmal klar, dass der Roboter nicht zurückkehren will. Denn das ist abartig und pervers. Wobit sie recht hat. Ende der Folge. So. Gut. Noch ein bisschen Trivia, die Dame. Ja. Ja, damit. Nicholas Brandon hatte Pneumonie. Deswegen hat sein Bruder zeitweise ausgeholfen. In dieser Folge. Ey, was? Echt? Ja. Was? Hat er eine kleine Lungenentzündung? Das gibt's doch nicht. Und das merkt man nicht, ne? Das ist bei mir nie aufgefallen. Es wurde auch nicht gesagt, wo. Vielleicht nur in den Nichtsprechen, Nichtsprechrollen. Ach so, ja. Ja gut. Aber also wenn der da was gesagt hat, wenn der da ein Stück Sprechrolle hatte, man merkt es nicht, verdammt nochmal. Ja. Das macht mich ein bisschen fettig. Das ist gerade so ein bisschen so in meinem Kopf. Was? Heilig. Ach so, das andere Trivia habe ich schon genannt. Deswegen kommt das hier nicht mehr. Und schon kommen wir zu den letzten Fragen. Ich hänge gerade voll fest bei dem Zwillingsbruder. Okay. Ich hole dich raus. Sandra. Ja, bitte. Wie viele Unterbrechungen bekommt die Folge? Ey, du hast recht. Also jetzt, wo du es so erzählt hast, ist viel unterbrochen worden, ja? Ständig. Also irgendwie bei der Staffel sage ich so oft, ich finde es total schwierig. Das war jetzt nicht ganz so schwierig, das zu beziffern. Aber irgendwie muss ich darüber länger nachdenken in letzter Zeit, was ich damit mache. In vielen Fällen. Ich gebe eine Dreieinhalb. Okay. Ist nur solide. Aber da musste ich irgendwie lange, habe ich für mich länger drüber nachgedacht und das jetzt nicht hier so durchgequatscht, wie ich es manchmal mache, um dann zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Also war lustig, war cringy, war aufschlussreich dahingehend, dass ihre Freunde halt dumm wie Brot sind und die Jägerin. Und ich meine, gut, der Trip war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich, aber wir brauchten ja auch einen Grund, warum Buffy mal eine Weile nicht mit ihren Freunden unterwegs ist, damit halt Buffy Bot am Start sein konnte. Also es war schon so ein bisschen konstruiert, aber war in Ordnung. Und ich glaube, als wir es geguckt hatten, haben wir ja auch hinterher kurz drüber geredet und da meinte ich oder wir beide zusammen irgendwie, dass das das erste Mal ist, dass Spike Spike etwas nicht für sich selbst tut, sondern für wirklich auch für Buffy und im Prinzip auch für Dawn. Also etwas Selbstloses. Ja. So durch und durch selbstlos. Da hat er ein bisschen Ehre dazu gewonnen, ne? Also das ist jetzt das erste Mal so, dass er sich als nützlich erwiesen hat. Und ja, und dass er was wirklich Gutes getan hat und nicht nur das Gute, was er tut, dann auch für seine eigene Situation so genutzt hat. War kein Eigennutz dabei. Genau. Und das, äh, ja, auf jeden Fall Pluspunkte, aber Bro, dieser Buffy Bot, also, äh. Alles wieder auf Null. Alle Kammerpunkte verbraucht. Ja, es kommt im Prinzip dann bei Null wieder an, weil, so, also, mmh, ich möchte nicht länger darüber nachdenken. Ähm, aber ja, es hat für viele Lacher gesorgt. Ich glaub, die, ich glaub, Sarah Michelle Gellar hatte da voll Spaß dran, wie du schon gesagt hast, das zu spielen, einfach mal so ein bisschen, wieder mal so ein bisschen Quatsch zu machen nach dem ganzen schweren, schweren Tobak, äh, den wir da mit ihr irgendwie durchleben mussten. Und deshalb hab ich eine Dreieinhalb mir überlegt. War jetzt nix, wo ich dachte, boah, krass, äh, haut mich vom Hocker. Mhm. Aber war, war auf jeden Fall unterhaltsam und jetzt auch keine, keine miese Folge. Ich würde nur gern wissen, ähm, baut Warren jetzt woanders schon einen Roboter oder wie viele Roboter existieren hier so in der Gesellschaft? Der macht jetzt große, große, der fährt jetzt nach Silicon Valley und macht dann, macht er den Tesla-Bot. Weil, ich mein, also, wenn wir da jetzt, wenn wir das jetzt zerdenken wollen, Buffy-Bot hat ja gegen Anweisungen gehandelt. Also, der scheint da was auf der Spur zu sein, so. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist, aber, nee. Also, ich war ehrlich gesagt ganz froh drum, dass wir jetzt mal wieder so eine, sagen wir mal, eine Folge mit dem normalen Tonfall hatten. Nach dem ganzen schweren Zeug. Genau, auch mal wieder ein bisschen witziger, ja. Ja, das war ganz gut. Ich mein, jetzt geht's ja Richtung Finale. Da wird's bestimmt wieder, wieder wilder. Mhm. Und spannender und actionreicher und auch dramatischer. Von daher, so eine kleine Verschnaufpause, die ist schon ganz gut an der Stelle, denke ich. Sandra, wie fandest du Angel 2x18? Also, ich muss ja, ja. Ich erinnere. Sorry. Es ist Lindsay und die böse Hand. Also, ich muss ja sagen, ich find's interessant, wie viel Angel mittlerweile lacht. Ja. Der freut sich so. Und ich mag Angel und Cordelia ultra gern gerade. Die, die, die Freundschaft ist cool miteinander, ne? Ja. Das ist schön, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Das freut mich. Ich fand's auch, ich hab jetzt, ich hab jetzt, das Harmony hab ich jetzt endlich nachgeholt. Mhm. Wie sie am Ende sich, äh, wie ein Schnitzel freut, äh, dass sie die Klamotten bekommen hat. Schön, ne? Ne, die zwei mag ich, das ist grad so ein bisschen mein Highlight, dass die beiden so, 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 so knuffig sind. Mhm. Ist wirklich gut. Mhm. Okay. Und halt, Angel ist halt einfach ein, 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 ein angenehmer Charakter jetzt. Wenn der, na, also, wenn er nicht grad Liebeskummer hat, find ich den richtig coolen Charakter. So. Deswegen mag ich ihn ganz gerne. Wenn er, wenn er nicht gerade grübelnd und, äh, mordend durch die Stadt zieht. Ja. Ja, doch. Okay. Er hat, er hat, er war, er war positiv gestimmt, er hat gelacht, das fand ich toll. Ja, ja. So, das, das war hier heute mal wieder eine kurze Folge, würde ich behaupten. Macht ja nix. Gell? Dann kann man die in einem Rutsch hören, so. Ist knackiger. Wir mögen es knackig. Auf dem Weg zur Arbeit. Absolut. Oder beim Einschlafen. Ich mach jetzt voll die Coldmirror, Alter. So, okay. Ich verabschiede mich, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, ein Ladenbesitzer in seinen 40ern hängt mit viel zu jungen Leuten ab. Tschüss. Halt. Ne, wenn ihr nächste Woche hört, sind wir schon zwei Jahre alt geworden. Ach ja, stimmt, fast vergessen. Nächste Woche sind wir schon zwei Jahre alt. Wir nehmen alles. Wir nehmen Geldgeschenke. Krass, oder? Wertgeschenke. Verrückt, oder? Sie haben das auch mit keiner Silbe vorher erwähnt. Also, die Leute konnten sich gar nicht vorbereiten. Also, ihr habt jetzt noch sechs Tage, glaube ich, Zeit oder fünf oder irgendwie so, oder? Bis Dienstag. Bis Dienstag. Viel Spaß. Überlegt euch das. Nein, um Gottes Willen, nein, das reicht, wenn ihr zuhört und immer mal was kommentiert. Das freut uns, glaube ich, schon genug. Also, alles cool. Ne, jetzt kommt irgendwas. Jetzt habe ich dich voll giltrippt und so. Nein, hört auf. So, das war's. Tschüss. Grrr. Arrk. Arrk. Das war's. Das war's.